Den Berufsstand der Notarin des Notars gibt es bereits seit über 150 Jahren. Damals wie heute sorgen Notarinnen und Notare durch Aufklärung und Beratung für faire und sichere Verhältnisse, wenn es sich um Rechtsfragen handelt. Das Arbeitsfeld reicht dabei von Erbe und Testament hin zu Immobilienkäufen und Unternehmensgründungen bis hin zum Familienrecht. Die österreichischen Notarinnen und Notare begleiten Sie so bei wichtigen Lebensentscheidungen rechtlich kompetent und menschlich empathisch zu ihrer maßgeschneiderten Lösung.